Da drüben auf der rechten Seite liegt Stars Hollow, der Schauplatz der beliebten Fernsehserie Gamer Girls. Und wenn wir Glück haben, erwischen wir vielleicht sogar einen der Stars dieser Show. Komm jetzt! Die Tour ist noch nicht zu Ende. Und dann gleich hier. Da haben wir die New York Avenue. Dort wurde Noah so klar gedreht.